Musik Ein Spieler namens Moe wacht in der Rolle des Squadleads wieder und wieder auf und erlebt die zu spielende Runde als Déjà-vu. Mit Hilfe seines Trupps dem Team, einem schwer zu verstehenden Kommandanten und weiterer Mitspieler wird ein äußerst gefährlicher Plan hinter den gegnerischen Linien verfolgt, einen Außenposten zu setzen. Operation MOP geht in die nächste Runde. Operation MOP geht in die Runde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr gut im Blau, packt euch zusammen, wir holen mal eine Steine gerade raus. Wir bleiben hier, setzt alles ab, baut alles zur Verteidigung auf, betrefft uns dann Richtung Kreuzung. Achtung, schneller, schneller! Ja, Kommando, es steht so weit alles. Wir sind hier aber zu wenige, es ist gefährlich. Wir haben erstmal keine Wahl, dreht euch einen mehreren kleinen Squads auf. Sucht nach Mauer und befreit ihn, wenn möglich. Das gegnerische Team hat ihn bestimmt irgendwo untergebracht. Er wird bestimmt bewacht, sonst hätte er ja schon einen Osenbossen setzen können. Eine Nadel in Heuhaufen suchen, diese Stadt ist riesig. Ja, ich versuche eine Stärkung aufzutreiben, aber um die UZ ist leider selber leer. Ja, ihr habt schon den Aufgehörer bereits vorgeschickt. Wir halten Funkkontakt. Bleibt unentdeckt, ansonsten ist der Gegner hinter euch her. In Ordnung. Passt auf euch auf. Viel Krieg. Na ja, kommt mal her. Ich hätte einen Vorschlag. Wir bügen drei Mann Squads und dringen unentdeckt in die Stadt und suchen Mauer. Ja, hättest du vorgeschlagen, wir suchen meine zukünftige, dann wäre es leichter gewesen. Wie gehen wir vor? Ich würde vorschlagen, jeder übernimmt einen Sektor und drückt ohne Aufmerksamkeit zu erregend Stück für Stück vor. Viele begehbare Gebäude gibt es ja nicht. Ja, Commander hat Aufgehörer bereits euer Speer vorgeschickt. Damit er als erstes stirbt. Na dann lasst uns mal los. Ich hoffe, ihr habt alle euren Nachlass geregelt. Viel Erfolg Männer! Ja, das ist es�assiamo Mant treeina, auswärts. B Ist jauer, ihr habt alle enclosed Alten. Das ist neigWestfaktor. Und da 빠dologia王 es sc jury beneficiaries. Wer zum Teufel seid ihr? Das ist doch zu kalt! Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Ich gehe jetzt mal nach Osten, oder? Alles klar, dann übernehmen wir den Süden. Viel Glück! Alles klar, viel Glück! Ausführungen! Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Herr Kommandant, ich brauch ein neues Fahrzeug. Alles haben sie mir unter den Arsch weg geschossen und ich fitten unter Kanz. Weiß, wo eins zu finden ist? Verdammt, leide ich auch nicht. Dietus macht sich auf den Weg. Hier wird schon was finden. Na, Beutepanzer wäre möglich, ja. Ja, richtig, genau. Ja, wohl zu verstanden. Halt! Fein voraus! 12 Uhr! Sobel, Sobel, den schalten wir lautlos aus. Nicht zielen. Ich gehe rechts rum, du links rum. Alles klar. Am besten geht ihr von hinten ran und ich schaufel den von hier. Ja, alles klar. Wir laufen ums Haus. Verstanden. Jo, äh, habt ihr super gemacht. Ja, aber wo ist der denn hier? Das stimmt, dann lass uns noch mal ein bisschen umschauen. Aber ich schaue jetzt erstmal nach, um was zu essen. Ja, alles klar. Unhunger. Dacke. Was ist denn hier für ein Zeug? Ah, das taugt allerdings nix. Verdorben, der Mist. Alter, das war aber knapp. Alles gut bei euch? Ich hab' Schuss gehört. Ja, soweit alles in Ordnung. Die Aufklärer haben mir grad den Arsch gerettet. Gern geschehen. Keine Ursache. Wir haben den Auftrag, einen Mode zu suchen. Habt ihr schon irgendwas gefunden? Nein, haben wir nicht. Nur verdorbenes Essen. Ja, gut, dann lass uns weiter zu suchen. Irgendwo wird man wohl schon finden. Alles klar, Abmarsch. Mann, ich lass mich einen Wolf, ey, das kann nicht angehen. Muss irgendwo ein Panzer sein, wo sind die scheiß Drecksmühlen, ey? Ah, da haben wir ja einen hervorragend. Ja, da nehme ich den. Ich hoffe mal, dass der noch funktioniert. So wie der guckt, und dann können wir nur noch... Naja, schauen wir mal. Na, was soll das nix? Spring an! Scheiße, der Boot ist kaputt. Doppelzeit besser. Ich glaube, die geht jetzt. Kommt, kommt. Kommt! Ach, geht doch! Ich glaube, die geht jetzt. Altenmänner! Altes ist das riesig! Altes ist das riesig! Irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht halten Sie ihn doch hier gefangen. Lasst uns mal nachsehen. Lasst uns vorsichtig vorrücken. Gegner gesichtet, aber die können wir lautlos nicht ausschalten. Sehr gut, Jungs. Weiter. Vom Himmels Willen. Jungs, wir haben ein Problem. Wir haben kein AT-Schützen dabei. Nicht schon wieder. Wo bin ich hier? Hast du schon jemanden gesehen? So weit noch nicht. Dann lass uns mal eine erhöhte Position suchen. Ja, 100 Meter die Halle vielleicht. Ja, ich glaube, das Fenster ist perfekt für dich. Sag mir mal, was du siehst. Onkel, ich hab hier was. Ein Soldat, ein Offi. Weiter rechts, noch ein Soldat. Und noch ein Stückchen weiter nach rechts, wieder zwei. Insgesamt vier Soldaten, ein Offi. Alles klar, das hab ich so mit. Pass auf, ich werd jetzt nach unten gehen. Versuch dann, die, die wegdrennen, im Hintergang noch auszuschalten. Knöpfe der einen nach den anderen Vorklassiks. Alles klar, pass auf dich auf, Onkel. Das Gleiche. Das Gleiche. Das Gleiche. Bis zum nächsten Mal. 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 Geht ja schon wieder los. Joe, kannst du etwas genauer sagen? Also nochmal, soweit ich das hier entziffern kann, soll das Haus Nummer 32 sein. Gelber Gebäudekomplex. Irgendwo bei I6. Ja, war super gemacht. Begebt euch dorthin, aber haltet euch verdeckt. Ich glaube, ich habe Verstärkung gefunden. Männer, ihr habt ihn gehört. Wir treffen uns dort. Auf, auf, Marsch, Marsch. Gleichzeitig, auf I6. Gelber Gebäudekomplex. Siehst du den? Welche von den zwei gelben meinst du? Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, das sind sogar noch mehrere. Ich denke, das sollten wir uns vor Ort anschauen. Alles klar, Onkel. Lass uns los. Alles klar, Onkel. Du, sag mal, findest du das hier nicht ein bisschen ruhig? Keine Ahnung, was die hier noch machen. Da wird doch hundertprozentig noch irgendwo jemand sein. Jungs, ich sehe den Gebäudekomplex. Kommt mal alle her. Ja, das sieht mir viel zu ruhig aus da drüben. Das könnte eine Falle sein. Dann sieh dich mal dort um. Wir warten so lange hier. Alles klar. Lässigs, dort oben haben wir bestimmt eine gute Sicht. Lass uns dort hingehen. Ja, bestimmt eine gute Scharfschutz in der Position. Wurschti, siehst du was? Einen großen gegnerischen Fuhrpark. Mo ist ja wahrscheinlich in dem Gebäude dort drüben. Wie wollen wir das machen? Mo, hast du Setschel dabei? Ja, habe ich. Draußen steht ein LKW. Wir starten ein Abhängungsmanöver. Schnapp ihn dir und danach schleichen wir uns rein. Alles klar. Am besten schnappst du dir eine gegnerische Uniform. Na, ist eine gute Idee. Werde ich tun. Ich schnapp mir einen. Oh mein Gott, ich joggte jetzt alles in die Luft. Aber na sicher. Und jetzt schnapp ich mir deine Klamotten. Joe, kannst du mich hören? Klar und deutlich. Wir haben einen Weg gefunden, ein Abhängungsmanöver zu starten. Danach könnten wir reingehen. Alles klar, habe ich so verstanden. Wir haben ja auf der Seite auch noch ein paar Feinde, die wir gesichtet haben. Kümmern uns drum. Boah, die Uniform zwickt aber. Der Knall ist das Signal. Danach stürmen wir das Haus. Verstanden. Dannach stürmen wir das Haus. Lass uns los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den haben wir auch erledigt. Wir müssen halt hier. Wir müssen halt hier. Da, wo du bist. Ich hätte dich fast erschossen. Da war noch einer. Habt ihr ihn gefunden? Hier war er nicht. Er muss da drüben sein. Hier bin ich mehr nass. Oh, Gott sei Dank. Jo, vielen Dank, Leute. Ihr habt aber lange gebraucht. Ich habe ja eine kleinere Komplikation. Danke auf jeden Fall, Leute. Hat jemand eine Waffe für mich? Warum hat denn eigentlich Humo was russisches an? Humo hat sich umgezogen, um eine Ablegungsmanöver zu starten. Hier in der mein Gewehr. Jo, vielen Dank. Unterbrecher, euer Wiedersehen zwar ungern, aber wir müssen schleunigst hier weg. Die stürmen gleich das Haus. 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 Jetzt bist du raus da. Das ist viel zu heiß. Ja. Verstanden. W Vanloges. Geht's irgendwo einen Fluchtweg? Was soll? Verstanden. Kursi wird wieder runterspringen. Ja, keine Ahnung, du weißt. Jungs, beeilt euch, die sind gleich oben. Geht Gas, die kommen die Teufel runter. Löse und schneller. Löse Leute, schneller, schneller. Wir müssen weg hier. Wohin? Auf zum Ufer. Jungs, ihr müsst Richtung Gut, Ufer laufen. Und schießt auf alles, was sich bewegt. Auf geht's, schnell Leute. Oh, haben sie eigentlich auch was zu essen gegeben? Ich habe im Hirn noch nichts gefunden. Nur Gurken, Homo. Nur Gurken. Scheiß auf das Essen, zieh die Köpfe ein und renn. Jungs, mach dir das auf. Oh, der Boden vibriert. Ach du Scheiße. Alle hinlegen, runter. Verflucht, die kriegen Verstärkung. Wo bleibt denn unsere? Jungs, lass uns die abhauen. Alle weg hier. Geht runter, komm! Ja. Engel! Ja. Geht runter, dass du dich verbrauchstückstig hast. Ja. Jasper mal fahren, Fullkano. Ja. Ja. Geht abhauen wir uns. Danke, dass ihr uns helfen tut, Jungs. Macht sie mit, vorwärts. Grazie. Moschka, grazie. Arnitz, Naubach! Anziehe, Arnitz, Naubach! Danke für eure Hilfe, grazie. Danke für eure Hilfe, danke. Es ist kein Problem, wir helfen euch. Honore Disprezzo! Honore Disprezzo! Gibt es keine Ahnung, wie wir rauskommen? Ja, Reduktion und dann gehts ab. Wir gehen zum Fluss. Ja, Gott sei Dank, lasst uns los. Die Verstärkung macht es hier schon. Auf geht's! Wir packen das dann. Verstärkung, Gott sei Dank. Da unten sind Züge, Leute. Über zu den Waggons. Auf geht's! Wo wurde der Immerhäuler? Und zwei, neuf! Der Zug fährt weg ab. Habt ihr eure Tickets dabei? Wir fahren los, den scheiß Zug. Also wenn der nicht gleich los fährt, sind wir verloren. Also wenn der nicht gleich los fährt, sind wir verloren. Hohen Dank, hier spricht Mo. Die Jungs haben mich rausgeholt. Vielen Dank für alles. Wir sehen uns auf der nächsten Map. Wir sehen uns auf der nächsten Mal. Mo, hey Mo, wach auf! Ich glaube, ich will die Zeit schon filmen. Geht's euch gut? Ja, ich glaube, das war's. Bis zum nächsten Mal.